Hallo, mein Name ist Heimer Ulrich. Ich arbeite bei WeLoveYou als Trainer, Berater und Coach. Effizienz mit Adobe InDesign ist das oberste Ziel dieses Seminars. Ich verrate dir meine liebsten Tipps und Tricks aus bald 20 Jahren InDesign. Und ich zeige dir, was in den letzten InDesign-Versionen neu dazugekommen ist. Highspeed InDesign – ein Erlebnis-Seminar für InDesign-Geeks wie dich und mich. Melde dich jetzt an!